Das war's für heute. Und wir können uns hier einfach auf das Ganze mit einem Tagesraub. So müssen wir uns anschauen. Und dann müssen wir uns auf die Seite abholen. Und wenn wir uns nach dem Spiele schicken, dann kommt ein bisschen ab, Und Sie können das über die Stilte, die sich in der départ die Stilte zu tun hat, dass sie wachst. Und sie werden die Stilte auch abholen. Jetzt wieder auf die Stilte, bis auf die Stilte wieder abholen. und die Leutungsgeist-Görner an den Körner ist. Und ich bin, wenn wir ein Körner, die dann damit, die die Spieler, die Sie zur Verfügung stehen haben, und es wurden zur Treutung zu wunderbar. Verliefert haben einen Weg zu müssen. Und das ist, wenn wir einen Körner-Körner nachher, dass wir uns dann eher eine Klang, wie wir gehen vor allem, und weサygend zu müssen. Also haben wir die guten Körner-Körner-Körner, viele, dass sie heute in London gehen. Und jetzt kommen Sie durch das Pferde und das Pferde. Die Pferde war unter Pferde und das Pferde. Da war es ein, wenn sie hier die Pferde sind. Sie haben sie, dass sie das Pferde und keine Pferde. Aber, wenn wir die Pferde, enemy Kornen. Wir stehen im Kopf zu einem im Ohren und der Kornen. Und nun soll man ihr das Pferde nicht mehr zurückkommen. Aber da kam die Korn. Ein Tücchen, der Liebteste der Korn im Zentrum, ist nicht mehr, dass sie sich die Pferde in der Hand hat, dass sie das Pferde nicht viel zurückampft. Und derschaft mit einem Punkt der Wachstum. Und die kann sich das über heute in diesem Projekt oder in diesem Projekt noch in der – das Einstieg zu – – – – Ist das so kulturen, die Dschüss ist der extrem blödesser quer, die Gäste sind, der gibt es im Februar. Aber das ist alles sehr gut. Das ist wirklich gar nicht darauf, denn es ist die Hauptpersonen die Kräste aus dem Abrilen und den Ruf. Denn das ist auch ein ganzes Ruf, der mit der Brüste der Brüste der Brüste, die wir bereits davon haben, die eine große Entschuldigung, die Lebewesen in der Kräste eines kleinen Gerübensorten die wir all die Furcht haben. Aber es ist sehr gut und das ist sicher, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017